Der Narr liest Schastik-Sum-Sum-Wus-Wus von Ephraim Kishon Mit dem Magen verhält es sich wie mit den Gewerkschaften, er lässt sich nichts befehlen und geht störrisch seinen eigenen Weg. Daraus ergeben sich zahlreiche Komplikationen. Wenn der Neueinwanderer an Land gegangen ist, küsst er den Boden, auf dem seine Vorväter wandelten, zerschmettert die Fensterscheiben einiger Regierungsämter, siedelt sich im Negev an und ist ein vollberechtigter Bürger Israels. Aber sein konservativer, von Vorurteilen belasteter Magen bleibt ungarisch oder holländisch oder türkisch oder wie es sich gerade trifft. Nehmen wir ein naheliegendes Beispiel. Ich bin ein so alteingesessener Israeli, dass mein Hebräisch manchmal bereits einen leichten russischen Akzent annimmt, und trotzdem stöhne ich gequält auf, wenn mir einfällt, dass ich seit Jahr und Tag keine Gänseleber mehr gegessen habe. Ich meine, echte Gänseleber von einer echt gestopften Gans. Anfangs versuchte ich, diese kosmopolitische Regung zu unterdrücken. Mit aller meiner Energie sagte ich zu meinem Magen, »Höre, Magen! Gänseleber isst! Pfui! Wir brauchen keine Gänseleber! Wir werden schöne, reife, schwarze Oliven essen, mein Junge, und wir werden nicht wahr stark und gesund werden, wie ein Dorfstier zur Erntezeit!« Aber mein Magen wollte nicht hören. Er verlangte nach der dekadenten, überfeinerten Kost, die er gewohnt war. Ich muss hier bemerken, dass das hartnäckig Ungarische meines Magens mir schon viel zu schaffen gemacht hat. In den Vereinigten Staaten wäre ich seinetwegen beinahe gelüncht worden. Es geschah in einer Cafeteria, einer jener riesenhaften Selbstbedienungsgaststätten, in denen man auf ein appetitliches Tablett alle möglichen Dinge teils auflädt, teils aufgeladen bekommt. Mein Tablett war bereits ziemlich voll, als ich an die Ausgabestelle für Eistee herantrat. »Ein Glas kalten Tee ohne Eis«, bat ich die junge Dame in Kellnerinnentracht. »Gern«, antwortete sie, »und warf ein halbes Dutzend Eiswürfel in meinen Tee.« »Verzeihen Sie, ich sagte ohne Eis.« »Sie wollten doch ein Glas Eistee haben, nicht?« »Ich wollte ein Glas kalten Tee haben.« Das Mädchen blickte ratlos mit den Augen wie ein Leuchtturm im Nebel und warf noch ein paar Eiswürfel in meinen Tee. »Da haben Sie den Tee.« »Der Nächste.« »Nicht so, mein Kind. Ich wollte den Tee ohne Eis.« »Ohne Eis können Sie ihn nicht haben.« »Der Nächste.« »Aber mein Magen verträgt kein Eis, auch wenn es gratis ist. Können Sie mir nicht ein ganz gewöhnliches Glas kalten Tee geben, gleich nachdem Sie ihn eingeschenkt haben, und bevor Sie die Eiswürfel hineinwerfen?« »Wie? Was? Ich verstehe nicht.« In der Schlange, die sich mittlerweile hinter mir gebildet hatte, erklangen die ersten fremdenfeindlichen Rufe. Und was diese ausländischen Idioten sich eigentlich dächten, da stieg orientalischer Stolz in mir auf. »Ich möchte einen kalten Tee ohne Eiswürfel,« sagte ich. Die Kellnerin war offenkundig der Meinung, dass sie ihre Pflicht getan hätte und sich zurückziehen könne. Sie winkte den Manager herbei, einen vierschrötigen Gesellen, der drohend an seiner Zigarre kaute. »Dieser Mensch hier will einen Eistee ohne Eis,« informierte sie ihn. »Hat man so was schon gehört?« »Mein lieber Herr,« belehrte mich der Manager, »bei uns trinken monatlich eine Million neunhundertdreißigtausend zweihundertfünfzigzig Gäste ihren Eistee, und wir hatten noch nie die geringste Beschwerde.« »Das kann ich mir lebhaft vorstellen,« antwortete ich höflich, »aber ich vertrage nun einmal keine sehr kalten Getränke, und deshalb möchte ich meinen Tee ohne Eis haben.« »Alle Gäste nehmen ihn mit Eis, ich nicht.« Der Manager maß mich von oben bis unten. »Wie meinen Sie das? Sie nicht. Was gut genug für hundertsechzig Millionen Amerikaner ist, wird auch für Sie gut genug sein, oder?« »Eis verursacht mir Magenkrämpfe.« »Hör zu, mein Junge.« Die Stimme des Managers legte sich in erschreckend tiefe, erschreckend finstere Falten. »Diese Cafeteria besteht seit dreihundvierzig Jahren und hat noch jeden Gast zu seiner Zufriedenheit bedient. Ich will meinen Tee ohne Eis.« Um diese Zeit hatten mich die ungeduldig Wartenden bereits umzingelt und begannen, ihre Ärmel hochzurollen. Der Manager schien die Geduld zu verlieren. »In Amerika wird Eistee mit Eis getrunken,« brüllte er. »Verstanden!« »Ich wollte ja nur...« »Ihre Sorte kennt man. Ihnen kann's niemand recht machen, was? Wo kommen Sie denn überhaupt her? Sie...« »Ich?« »Aus Ägypten.« »Habe ich mir gleich gedacht,« sagte der Manager. »Er sagte noch mehr, aber das konnte ich nicht mehr hören. Ich rannte um mein Leben von einer zornigen Menschenmenge verfolgt.« Aber nun zu Naftali. Als ich das erste Mal zu ihm kam, geriet mein Magen vom bloßen Anblick in schmerzlichen Aufruhr. Naftali stand hinter seiner Theke und beobachtete mich mit einem Lächeln, um dessen Rätselhaftigkeit die selige Mona Lisa ihn beneidet hätte. Auf der Theke befanden sich zahllose, undefinierbare Rohmaterialien in Technikolor, und auf einem Regal im Hintergrund standen sprungbereite Gefäße mit allerlei lustigen Gewürzen. Kein Zweifel, ich war in eine original arabische Giftküche geraten, aber noch bevor ich die Flucht ergreifen konnte, gab mir mein Magen zu verstehen, dass er sofortiger Nahrung bedürfe. »Na, was haben wir denn heute?«, fragte ich betont lässig. Naftali betrachtete einen Punkt ungefähr fünf Zentimeter neben meinem Kopf, er schielte, wie sich alsbald herausstellte, und gab bereitwillig Auskunft. »Humus, Mexi mit Burgul oder Wuswus?« Es war eine schwere Wahl. Humus erinnerte mich von ferner her an ein lateinisches Sprichwort, aber Wuswus war mir vollkommen neu. »Bringen Sie mir ein Wuswus.« Die fantastische Kombination von Eierkuchen, Reis und Fleischbrocken in Pfefferminzsoße, die Naftali auf meinem Teller häufte, schmeckte abscheulich. Aber ich wollte ihm keine Gelegenheit geben, sein rätselhaftes Lachen aufzusetzen. Mehr als das, ich wollte ihn besiegen. »Haben Sie noch etwas anderes?«, erkundigte ich mich beiläufig. »Jawohl«, grinste Naftali. »Wünschen Sie Kebab mit Bacharat, Schaschlik mit Elfa, eine Schnitte Sechon oder vielleicht etwas Smirsmeer?« »Hm, ein wenig von allem.« Zu dieser vagen Bestellung nahm ich Zuflucht, weil ich die exotischen Namen nicht behalten konnte. Naftali würde mir jetzt sicher eine scharf gewürzte Bäckerei, ein klebriges Kompott und irgendeinen säuerlichen Mehlpapp servieren, weit gefehlt. Er begab sich an eine Art Laboratoriumstisch und mischte ein paar rohe Hammelinnereien mit gedörrtem Fisch, bestreute das Ganze mit Unsummen von Pfeffer und schüttete noch etwas Öl, Harz und Schwefelsäure darüber. Etwa zwei Wochen später wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen und konnte meinen Beruf wieder aufnehmen. Von gelegentlichen Schwindelanfällen abgesehen, fühlte ich mich verhältnismäßig wohl und die Erinnerung an jenes schauerliche Mal begann allmählich zu verblassen. Aber was tat das Schicksal? Eines Tages, als ich auf dem Heimweg an Naftalis Schlangengrube vorbeikam, sah ich ihn grinsend in der Tür stehen. Meine Ehre verbot mir, vor diesem Grinsenreis auszunehmen. Ich trat ein, fixierte Naftali selbstbewusst und sagte, »Ich hätte Lust auf etwas stark Gewürztes, Jabibi.« »Sofort«, dienerte Naftali, »Sie können eine erstklassige Kiba mit Kamon haben oder ein Hashi-Hashi.« Ich bestellte eine kombinierte Doppelportion dieser Gerichte, die sich als Zusammenfassung aller von den Archäologen zutage geförderten Inkredenzien der altpersischen Küche erwies, mit etwas pulverisiertem Gips als Draufgabe. Nachdem ich diesen wertvollen Fund hinuntergewirkt hatte, forderte ich ein Dessert. »Soar sie mit Mischmisch oder Backlaba mit Sumsum?« Ich aß beides. Noch zwei Tage danach war mein Organismus ausgeschaltet und ich torkelte wie ein Schlafwandler durch die Gegend. Nur so lässt es sich erklären, dass ich das nächste Mal, als ich des grinsenden Naftali ansichtig wurde, wieder seine Kaschemme betrat. »Und? Was darf's heute sein, Chabibi?« fragte er lauernd, die Mundwinkel verächtlich herabgezogen. Dadurch zuckte mich der göttliche Funke und beflügelte mit meinem Stolz auch mein Improvisationstalent. Im nächsten Augenblick hatte ich zwei völlig neue persische Nationalgerichte erfunden. Eine Portion Kimsu, bestellte ich, und vielleicht ein Spaggi mit Kupkubon. Und was geschah? Was, frage ich, geschah? Es geschah, dass Naftali mit einem Höflichen sofort im Hintergrund der finsteren Spelunke verschwand und nach kurzer Zeit eine artig von Rüben umrandete Hammelkeule vor mich hinstellte. Aber so leicht sollte er mich nicht unterkriegen. »Hey, wo ist mein Kupkubon?« Nie werde ich die Eilfertigkeit vergessen, mit der Naftali eine Büchse mit Kupkubon herbeizauberte. »Schön«, sagte ich, »und jetzt möchte ich noch ein Glas Vargogiora, aber kalt, wenn ich bitten darf.« Auch damit kam er bald angedienert, und während ich behaglich mein Vargogiora schlürfte, dämmerte mir, dass all diese exotischen Originalgerichte, all diese Burgul und Bacharat und Wuswut und Mexi und Pexi nichts anderes waren als schäbiger Betrug. Dazu bestimmt, uns dumme Aschkenazim lächerlich zu machen, das steckte hinter Mona Lisas geheimnisvollen Grinsen. »Seit diesem Tag fürchte ich mich nicht mehr vor der orientalischen Küche. Er fürchtet sie sich vor mir. Erst gestern musste Naftali mit schamrotem Gesicht ein Mayo Mayo zurücknehmen, das ich beanstandet hatte. »Das soll ein Mayo Mayo sein?«, fragte ich mit ätzendem Tadel. »Seit wann serviert man Mayo Mayo ohne Kafka?« Und ich weigerte mich, mein Mayo Mayo zu berühren, solange kein Kafka auf dem Tisch stand. »Meinen Lesern, soweit sie orientalische Restaurants frequentieren, empfehle ich nächstens, ein gut durchgebratenes Mayo Mayo mit etwas Kafka zu bestellen. Schmeckt ausgezeichnet. Wenn gerade kein Kafka da ist, kann man auch Sayora nehmen, aber nicht so viel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017